Nerv! Ja blablabla Super, ich treff das von hier unten. Oh, ich ist weg! Lass mich halt wenigstens mal vorbei! Ja, bla 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 jetzt war es immer um den zeitpunkt aufgehört ist nicht mal warum genau naja spiel steht mir egal vielleicht wird sie asynchron ist mir auch scheißegal woher kann das denn jetzt noch ja bla 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 baut man die vernünftiges ladesystem im hauptmenü ein ein scheiß entwickelt ja es ist weg man ach ja spawnt noch sowas habt schon recht wird das nicht langweilig ich treffte was ach komm jetzt kommt die decke schön warum geht auch nicht ich mag decken zu decken sind schon warm und dann hast du da so jetzt muss ich dich noch töten hey ich habe noch eine zielung über der kehle die hat sogar getroffen wo der ist noch ein minimum ein schaden machen wird wenn es alle schlecht aufschießen muss wieder was man draufschießen sonst habe ich die noch nicht getötet wenn ich sie nicht geschossen habe jetzt tun sie es sie auch ziel suchen die trojax oder was wobei ich habe keine munition mehr ist es nicht toll ist es nicht einfach groß hatte wo lande ich jetzt wo ich lande so nah nein ja jetzt bin ich gleich wieder tot richtig von verschickter scheiß dreck hier komm schon lasst mich aus diesem verdammten feld raus man das ist ja ohne ende der gibt es nicht warum kommen da solche fallen diese eingebildeten dinge die auf die auf die auf jetzt erst 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 noch herkommen und sich damit raus trauen ich sollte aufpassen dass sie nicht zu hoch fliegen nicht dass ich wieder in so einen kraft feld und technisch denkst du nicht schliegern ach ja jetzt ich treffe sich hier mal wieder überhaupt Ach komm. Hoffstütz ab. Auf. Will nicht belohnt werden. Ich hab schon so viel Geld, dass ich es nie wieder ausgeben kann. Wir merken, die Stoffflinte ist totaler Scheißverrück. Aber bevor mir der Pulsradio-Punition ausgeht. Munition. Schild. Schild. Nichts. Schild. 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 Gold. Schild. Nichts. Toll. Schild. 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 sich bewähren vor dem avatar stellten ich will mich dem avatar nicht stellen hatte ich auch nie vor der avatar ist über boss schlechthin nein verkabel hier ja ich würde ganz hinten fliegen weil auch immer na fickt euch diese beschissenen ausweichmöglichkeiten ja sie müssen wir vor dem avatar bla 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 Nein, nicht die Titanen, die will ich noch aufheben. Absturz. Nein, Bug, stürzt nicht ab. Ich habe noch Mox. Ich komme hier übrigens nicht mehr raus, wie ich gerade feststelle. Jetzt fällt er die aus. Wie sieht er denn das aus? Ja, komm, lad. Der Scheißspiel durch haben. Mann. Komm, spawnt. Das Raketen taugt mir überhaupt nichts. Ach ja, noch mehr. Weder verfügen sie über ein halbwegs brauchbares Zielsystem, noch haben sie irgendwelchen Schadensausstoß. Das ist einfach nur Müll. Hey, ich habe hier noch meinen Laser. Das ist schön, wenn ich mal so ein Panzer killen könnte. Ja, spawnt mal die Dinger. Komm. Komm. Du müsstest nicht mal zwei Stunden warten, bis er dann endlich mal die Dinger spawnt. Ach ja. Ich habe doch gar keinen Schutzschild. So, ich habe jetzt irgendwelche... Nein, nicht die Titanen. Na rum. Super. So, Autowaffenwechselfunktion ist immer scheiße. Hast du an und wechselst auf irgendwelche Wachen, wo du gar nicht sollst. Hast du aus. Na ja. Wechselst du nicht und denkst dir, na boah, wie soll ich dir jetzt aus? So wechselt er den jetzt nicht. Oh, jetzt sterb doch mal. War noch mehr, ja. Warum denn nicht? Das ist ja kein Ding nicht. Oh nein, es öffnet sich dieses Ding. Nein, es öffnet sich nicht nur das Ding. So, Arschgesichter. Kippt mir mal. Oh, noch mehr. Spinnt ihr? Ich meine, das muss uns schon heftig. Nein. Nein. Das Ding ist doch so irgendwo hinschießend, dass ich nicht sterbe und die Gegner alle schieben. Sterben! Mann. Die Abstürze wenigstens nicht wären. Wechselst am Hauptmenü. Die leben noch. Die Titel ist total erschrott. Mama. Die Waffen sind doch alle scheiße. Das Vieh lebt noch. Das lebt einfach noch. Mann. Gibt es da irgendwo richtige Waffen? Irgendwelche Waffen, die auch Schaden machen. Nicht nur, dass sie Spielzeugwaffen sind. Nein. Ihr lebt immer noch. Ich pack's nicht. Mann. Nein. Ich will kein beschissenes Deathsnatch machen. Nein. 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 Was? Enemy Transpuls? Wie kann das die Viecher überleben? Dann schraubne. Fick dich. Fick dich. So, nachdem erstmal alles abgestürzt ist, kommen wir noch neu an, gott mir scheißegal, werden halt weniger Videos hochgeladen, ich schaue den Dreck eh nicht an, komm, sterb. Das Ding ist doch scheiße, wieso heißt das Titan, wenn das schon scheiße ist? Nein, Titan, dann bin ich was Gutes, wie ich diesen Billigstuhl, der überhaupt nichts bringt. Da, Schrott, die macht das überhaupt nichts, warum schießen die überhaupt ab, ich könnte sie aber genauso gut nicht abschießen, scheißdreckter, dummer, da, mehr kann ich da gar nicht reinballern, und es lebt halt immer noch eins, fick dich, komm wir leben, ja genau, gleich zwei, ja, ignoriert einfach die Tatsache, dass ich da nicht, irgendwas, da ich reinschieße, sie halt null juckt, null, ein null, ja, ja, komm lang, hoffe ich wieder scheißdreck da hochschütt, asynchron ey, Dreck ey, ich hab jetzt beide getötet, kann das sein, ja, egal, hey, das brauchen gleich wieder neue, was soll der Dreck, was soll ich bitte schon besiegen überhaupt, zwei neue, ja, warum denn nicht, ich soll nicht zählen, ja, sag, verpisst euch, ja, komm, ja, Spawn Protection gibt's ja zum Glück nicht, braucht man ja nicht, ankotzen, komm, sterb endlich, boah, sterb halt, hallo, halt die Fresse, sterben, sterben, sterben halt einfach nicht, schön, dass das Spiel wieder abstürzt, scheißdreck da, werft gleich irgendwas durchs Zimmer, irgendwas Großes, ja, wie viel sind da wieder schon drin, leck mich, oh, ich kann nicht mal weiter fliegen, oh, fick dich, geh endlich sterben, hä, wie sie nicht sterben wollen, sterben, ach, ja, das wird so viel Luft aufgelöst, erzähl mir was Neues, das Spiel doch nicht oft abstürzt, oder so, nein, ach, falscher Spielstand, stürzt halt noch nicht früher ab, mir doch scheißegal, gucken wir den Dreck eh nicht an, das juckt ihr überhaupt nicht, und so habe ich diese scheiß Rakete überhaupt, oh, ich habe Zielsuche-Rakete, die nicht zielsuchend ist, es ist keine Zielsuche-Rakete, ich habe Titan-Raketen, die zwar toll klingen, aber überhaupt nichts taugen, ich habe Waffen, die nichts taugen, ich habe keine Spawn-Protection, Munition ist viel zu wenig vorhanden, oh, tolles Spiel, scheiß Entwickler, ey, wenn er froh sei, dass die Entwickler nicht hier sind, ich würde nicht jeden von denen mein Big Tower ins Gesicht schmeißen, das Ding ist nicht gerade leicht, nicht, was wir unbedingt die Fresse haben, oh, geh sterben, geh sterben, ja, Ben, ist feindlich zur Hölle, fahr doch einfach zur Hölle, oh ja, noch was, hey, warum nicht, ja, bleib mal so stehen, voll ist gut, so, noch was, nicht noch irgendwas, von diesen Elektros-Splitz-Dingern hatten wir noch nichts, ach, dann dreh dich halt, ich bin auch scheißegal, ach, da geht es weiter, ach, ich habe da nichts mehr, na, toll, darf ich wieder scheiß, sonst gar noch weitermachen, die scheiße, es kommt, geh auf, oh, ein großes Tor, hey, da freue ich mich aber, komm auf, was passiert hier drin jetzt, kommt, 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 kommt mehr, ach, das ist der Avatar, ach, das ist der Avatar, ich dachte, das Ding wäre irgendwie groß oder so, aber sowas, der Avatar, kommt, Avatar, kann man aber Avatar, wenn sie richtig schreiben oder was, ach, ja, hey er Sport Indie,